wo zur Hölle bin ich ähm wo waren die ey ich hab doch keine Ahnung oh der Faktor kommt einer da war was komm schon pack ihn jetzt kriegst du wieso löse ich immer Leute Alarm-Dings aus ich bin doch so nah dran hier hinten wirst du niemanden stören sie sagt ja schweifeln das ist das ist sicher war. Das allerdings ist mir unbekannt. Ah, okay. Ähm. Oh, das ist hell. Wir können hoffen, dass der hier alleine ist. Sonst bin ich ein bisschen am Arsch. So. Macht das Feuer aus. Oh, nein. Nein. Oh, Gott. Wieso bin ich so ein Tulpe? Oh, Gott. Oh, Gott. Nochmal. Ich trage ihn besser ein bisschen fort, weil sonst... Ah, Medivac, zum Glück. Wieso habe ich den nicht gesehen? Oh, mein Gott. Wie fängt das denn an? Ich nehme jetzt auf ein großes Stück auf. Hallo. Ah, Gott. Ah, V. Okay, dann bin ich jetzt auch ein bisschen gesichert. Was war das? Was war das? Ah, Medica benutzt. Das kann man mehrere Mal benutzen. Ich habe irgendeines Gefühl, ich rede in die ins Leere, weil ich hier... Oh, jetzt dachte ich, da steht einer. Tschüss. Die Dunkelheit ist mein Freund. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich dachte, das ist wie eine Wand. Oh, mein Gott. Hat sich das jetzt erschüttert? Wo zur Hölle bin ich? Ah, jetzt weiß ich wieder wo. Ähm. Ähm. Wo ist das Menü? P. Freude. Hier ist hier,uestaske. Hier ist jetzt noch jemand. Oder? Vielleicht warst es ja auch du. Mit deinen Gedanken! So, du kommst hier schön in die Ecke. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Morgan Holt Ihnen verraten haben könnte. Werden Sie sich nicht fragen, was damit geschehen ist? Es war kein Problem, deinen kleinen Eingriff hier einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Nach den Gerüchten auskamen, dass europäische Agenten unter dem Denkmante des Hilfseinsatzes die Ruinen als albischer Regierungsgebäude durchsuchten, die bei der Beben zerstört worden waren. Okay. Kann man, muss man die löschen oder was? Egal. Das hat man auf jeden Fall. Dieses Radio stört mich. Ey, ich blick hier voll nicht durch. Wo zur Hölle muss ich hin? Hallo? Äh, dort. Öh. Du siehst besorgt aus. Gewitter machen mich nervös. Warum? Ich war als kleiner Junge in Grenada. 83 marschierten die Amerikaner. Mein Vater war in der Armee. Als ihm klar wurde, dass wir nicht mehr gewinnen konnten, führte er uns mit einigen seiner Männer und unseren Familien in die Berge. Ja, und? Die Amerikaner haben uns eines Nachts eingeholt. Während eines Gebitters. Während eines Gebitters wie diesem. Was ist dann passiert? Die haben in der Dunkelheit zugeschlagen. Wir konnten sie wieder hören, noch sehen. Sie stimmten ihren Beschuss mit dem Rhythmus des Dommers an. Die toten Körper fielen in der Dunkelheit nieder. Und mit jedem Blitzschlag gab es mehr Leichen. Wie konntest du das überleben? Sie verschonten Frauen und Kinder. Nein, die Amerikaner sind keine Schlechter. Aber seit dieser Nacht jagt mir jeder Donnerschlag Angst ein. Jetzt jagst du mir auch Angst ein. Das ist... Aber wie ich es dir bereits sagt, sie sind keine Schlechter. Ihre Waffe ist die Furby. Und Furby, so verbreitet man nicht unter Druck. Oh, die Kummer. Oh Gott. Oh, oh Gottchen. Wo sind die durch? Ähm. Ähm, der da... Oh Gott. Vielen Dank.